Schaffen aus eigener Kraft und Selbstversorgung Das Schaffen aus eigener Kraft und die Selbstversorgung sind zur stolzen Tradition der koreanischen Revolution geworden. Die Partei der Arbeit Koreas hielt auf der ganzen Route der Entwicklung der Revolution immer am Prinzip des Schaffens aus eigener Kraft und führte die Volksmassen dazu. Der Kern des neuen 5-Jahre-Plans der staatlichen Wirtschaftsentwicklung besteht nach wie vor in Schaffen aus eigener Kraft und Selbstversorgung. Um in den vergangenen 5 Jahren den Beschluss des 7. Parteitages durchzusetzen, betrachtete das koreanische Volk diesen Geist als lebenswichtig für seine Existenz und Verstärkung und als starke Triebkraft für Entwicklung. Trotz aller Schwierigkeiten entfaltete es aktiven Kampf für Erschließung der neuen Bahn für den sozialistischen Aufbau. Wegen der andauernden harten Lage im In- und Ausland und unerwarteten Provokationen konnte das koreanische Volk zwar das geplante strategische Ziel nicht erreichen, hat aber wichtiges Fundament dafür geschaffen, selbstständig die Wirtschaft permanent zu entwickeln. Der bedeutsame Erfolg dabei besteht darin, die Basis der selbstständigen nationalen Wirtschaft, der sozialistischen Wirtschaft bewahrt und fortgesetzt zu haben. Im Kampf des gesamten Volkes darum, die eigene Kraft zu verstärken und den sozialistischen Aufbau zu beschleunigen, verwandelte sich der Geist für Schaffen aus eigener Kraft in Mentalität der D-Werke und in einzigen Kampfgeist der koreanischen Revolution. In der Gegenwart zählt die Wirtschaftsstrategie der Partei der Arbeit Koreas darauf, unabhängig von äußeren Einflüssen die Wirtschaft in die Bahn des normalen Betriebs zu bringen. Der neue 5-Jahr-Plan, der auf dem 8. Parteitag vorgelegt wurde, hat es zum Ziel, auf der Basis des jetzigen Standes und der Potenz der staatlichen Wirtschaft, dauerhafte Entwicklung der Wirtschaft und die Verbesserung des Volkslebens zu erreichen. In dem Plan widerspiegelt sich die Forderung, die selbstständige Struktur der staatlichen Wirtschaft zu vervollkommenen, den Grad der Abhängigkeit von Import zu senken und das Leben des Volkes zu stabilisieren. Aus dringendem Verlangen der Entwicklung der koreanischen Revolution und des sozialistischen Aufbaus wird sich das Schaffen aus eigener Kraft in der Zeit des neuen perspektivischen Plans zur staatlichen, planmäßigen und wissenschaftlichen Selbsthilfe entwickeln.